Ja, hallo! Wow, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem guten Zocker auf dem Roof Let's Play Channel. Ja, in der letzten Folge haben wir den guten Herrn von Strasbourg kennengelernt. Ein sehr, sehr illustrer junger Herr. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, laufe ich erstmal im Kreis. Gibt's dafür eigentlich ne... Ah, ne, schade. Quatschen erstmal mit allen und dann versuchen wir weiter voranzukommen. Das ist das erste Mal, dass Blood mit Einheiten von außerhalb zusammenarbeitet. Wir werden unser Bestes geben. Gibt es vorher irgendwas was zu klären? Wie sollte ich kämpfen? Natürlich gut, ich bin Bright. Hey Jill, was sagst du dazu? Diese Aragami lassen mir nicht zu viel Zeit, mich einzuleben. Na egal. Was ich tun muss, ist zu töten. Was sich immer mir in den Weg oder was immer mir in den Weg kommt. Ich mag Jill. Jules, nicht simpatsche. Romeo, alles klar. Es ist Zeit, dass wir allen zeigen, woraus wir Platz gemacht sind. Gott, Iter, von der Fairness-Abteilung sind auf dem Weg. Das ist eure Chance, euch zu beweisen. Und was ist mit dir, Romeo? Was ist mit dir? Dude, was ist mit dir? Jo. Ich meine. Nein, auch nicht Finken. Das mit den Emojis. Jo. Nannschan. Es soll eine Aragami-Horde nähen, oder es soll sich eine Aragami-Horde nähen. Wenn die Fairness-Abteilung Unterstützung sendet, muss die Lage schlimm sein. Ich werde, jetzt werde ich nervös. Ich gehe besser etwas essen, solange ich noch kann. Dude. Gehen wir erstmal in den Garten. Vielleicht ist der gute, ja, der gute Herr von Strasbourg ist hier. Krachen wir mit ihm eine Runde. Wie er hier steht. Das ist mein Platz, Dude. Emil. Dieser Garten ist Wunder. Oder ist ein Wunder die Stille im Angesicht des wütenden Sturms. Hey, Blood. Keine Furcht. Wir werden siegen. Aber zuerst wird dieser Ritter kurz rasten. Das war's. Alles klar. Hau rein. Du bist trotzdem lustig. Ich habe nämlich übrigens auch mal einen Oberteil gesehen, weil ich gerade das von Emil gesehen habe. Das ist eine Weste und wir tragen ein Hemd mit Krawatte. Das wäre voll geil, wenn ich das noch kriegen würde. Ich stehe auf den Scheiß. obere Etage. Gucken wir mal, ob hier oben was zu erledigen ist. Dr. Rachel, was geht ab? Der Sturm zieht näher. Aber sorge dich nicht. Gott, Iter, sind das Schwert der Menschheit und Blood dessen Spitze. Und Blood ist an dessen Spitze. Du besitzt die Stärke. Also lass dich nicht aufhalten. Alles klar, hau rein, Rachel. Ich mag Rachel irgendwie. Dies gruselig auf eine gewisse Art und Weise, aber auch irgendwie cool. Wenn wir den Typen von fern aus zeigen, was ein Blood kann, bekommen wir zukünftig vielleicht mehr Rückhalt. Hey du, ich arbeite hier an einer strategischen Vision. Stör mich nicht. Jetzt raus mit ihr und kämpfe. Ich wünschte, wir könnten den God-Ark-Soldaten einsetzen, aber das derzeitige Kontrollsystem überfordert die Piloten. Auch die Kujo's unbemannte Variante ist keine Hilfe. Ich fürchte, ihr müsst euch hier rum persönlich kümmern. Alles klar, das kriegen wir hin. Wir sind ein geiler Typ. Guckt euch doch mal an. Ich bin wie der Typ, der im Hintergrund immer steht. Ich müsste mal diese Version zeichnen. Was haltet ihr davon? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare, ob ich mal hiervon einen Fanart machen soll. Wäre cool. Gehen wir zurück in die Lobby. Hat sich was geändert? Nö. Alles klar. Du sagst immer noch das Gleiche. Dann würde ich sagen, machen wir eine neue Mission. Eine Aragami-Horde hat uns den Weg abgeschnitten, fände ich die mithilfe der Fernaustabteilung. Standard-Mission, das machen wir gleich. Gruppenkampf. Wir sind bloß vier Leute und diesmal ist Emil mit dabei. Auswählen. Grubenkampf. Dies ist eine Kooperation mit der Fernaustabteilung. Erledige die Grünpilz-Plage in der Fabrik. Grünpilze allein sind keine Bedrohung, aber sie können größere Aragami auf Futtersuche anlocken. Ein starkes elektrisches Signal. In der Nähe könnte eine Aragami gehören. Das kriegen wir hin. Auf in den Kampf! Die Mocke ist... Kommen wir da auch runter? Nein. Ich finde die Musik hier gerade voll geil. Ah, ich erinnere mich an diesen Dungeon aus dem vorherigen Teil. Aufnehmen. Unreines was auch immer. Hm. Da ist auch noch was. Bisher ist hier noch nichts in der Nähe zu sehen. Habe ich gerade richtig gelesen? Eiche? Da, 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 da. Hat hier oben nicht was geblinkt? Das ist ein Notfall. Zack, zack. Immer schön. Immer auf ihm. Grünpilz ist geschlagen. Snacken wie weg. Zack. Wollen wir uns noch ein paar Items. Oh, der war gut. Zack. Snacken wir dich einfach eiskalt weg. Grünpilz geschlagen. Die Waffe von Emil ist allerdings voll geil. Alter Fett! Der, der hinten ist ein größerer. Oschi. Voll geil. Den klatschen wir weg. Hey, wer bist du denn? Der holt sich ein Item. Das ist mein Item. Alter, wie geil. Aua, der, der hat Elektroattacken. Zack. Wie geil ist bitte der. Luftattacke. Alter. Und. Lass dich überraschen. Okay. Okay, wie ist es? In your dirty face, man. Aua. Okay, ich muss mal kurz schnell eine Hype snacken. Wow. Junge, du bist, du bist cool drauf. Einen Scheiß snackst du. Einen Scheiß snackst du. Das ist meins. Mein verdammtes Loot. Alter, verziehst du dich von meinem Loot. Zau. Zack, 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 zack. Zack, zack. Mein Loot. Alter, wie geil die Musik. Musik da raus. Also sowas feiere ich ja richtig. Einen Scheiß. Finger weg von meinem Loot, habe ich gesagt. Ziehst du erst, Alter. Los alle, rauf auf ihn. Oh. Das war fast zu erwarten. Zack. Uroges Hammer ist in Rage. Uroges Hammer heißt er. Nice. Der hat auch noch einen richtig geilen Namen. Ist mal richtig fetter. Uh, so mag ich das. Alter, der Typ ist voll geil. Einen Scheiß, kriegst du. Unreines, was. Und zack. Bam, Digga. Alter, wie geil die Musik. Das macht gerade richtig Laune. Auch falls ich zwischendurch ein bisschen leiser bin. Ah, ah, ah. Ja, hast gedacht. Was ist das Item nicht mehr da? Alter, wie geil die Musik. Der Typ hat nicht mehr Augen. Zack, zack. Ja. Voll geil. Zack. Snacken wir ihn. Sehr, sehr geil. Wir haben ein riesiges Monster erlegt. Seht es euch an. Nice. Noch tougher als das Ding. Klar. Hallo. Der war cool. Gerne mehr davon. Sehr, sehr gerne. Uh, da ist noch ein Item. Nein. Ja, das zählt noch. Sprüh des Wolfram. Woo. Okay. Bruchbelohnung. Creditbelohnung. Wir. Hier. Verbrauchsgegenstände. Nice. Werten wir das ein bisschen auf. Nahkampfprofi. Interessant. Gegenstandseffekt. Level 3. Aufladegeschwindigkeit. Doppel ist nur. Schade. Dafür haben wir wahrscheinlich zu sehr auf den Sack gekriegt. So, that was the last of them? Huh? What's that? Creature of Darkness. I, Emil, with strength of arms and knightly valor, shall return you from whence you came. Alright. Not a bad showing. Now, you face my true strength. Skill attack. Emil. Spectrum. Oh, God. Ah. Oh, God. Such strength. What the hell? Come on. Let's take care of that thing. Nay, come not near. Leave this beast to me. I shall show you the power of a knight gallant. Prepare yourself. Face death. You piece from the... We don't have time for this. We'll handle it. I'm getting real tired of this kind of... Huh? Huh? Oh, whatever. Every battle a God-eater faces is a noble quest undertaken. In this world, drowning in despair, God-eaters bring the shining ray of hope to humanity. Justice will prevail. We will have a better tomorrow. Justice will not lose. We will look towards the future. And thus I, Emil von Strasbourg, a true and honorable knight, shall never be defeated. I will never be defeated. Would you look at that? The idiot actually did it. I... I... I did it! This is a grand day for knighthood and chivalry! Victory! Victory! Ach, welch ein siegreiches Ende für diese Episode, würde ich sagen. Ja. Emil scheint wirklich, so wie ich vorher gesagt habe, richtig cooler Junge zu sein. Er scheint nicht viel drauf zu haben, so offenbar. Allerdings, wenn es drauf ankommt, haut der Typ richtig auf die Kacke, wie wir gesehen haben. Also, der hat eben das Krokodil. Ich habe den Namen jetzt gerade. Ach, genau. Irgendein Hammer. Wie ist das? Wie ist der Typ noch? Ah, wir gucken uns einfach nochmal das Monster an. Äh, Datenbank. Äh, Aragamis. Neu. Grünpilze. Schattenkokons hatten wir. Ogerschweife. Kokonjungfern. Rukoshammer. Und... Abaddon. Hatten wir schon mal einen Abaddon? Ne, ne? Interessant. Feuer. Feuer und Frost sind seine Schwächen. Cool. Wir sollten uns das wirklich öfter angucken. In der nächsten Folge können wir gerne nochmal reingucken. Aber wir lesen jetzt nochmal die Post. Fran. Äh, Fran. Betreff dringend zukünftige Missionen. Freya teilt Missionen entsprechend deinen Fähigkeiten und Leistungen der Kämpfern. Von Freya zugeteilte gemeinsame Missionen werden auf die gleiche Weise von Freya geleitet. Blood übernimmt danach das Kommando über alle zugeteilten Missionen. Wir bitten um vollste Kooperationen und Verwirrung in der Kommandokette zu vermeiden. Fan Repair. Lieferbestätigung. Dies ist eine Nachricht von Fan Repair. Äh, äh, Rea, 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 Re, 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 Re... Radiation. Energy Drinks, Lebensdrinks sind Produkte, die es jetzt im Automaten erhältlich. Energy Drinks und Lebensdrinks stärken deine Fähigkeiten auf Kosten aller anderen. Stell also sicher, das nur dann zu benutzen, wenn die Lage es unbedingt erfordert. Und Entwicklungsabteilung. Neue Kleidung. Neue Kleidung kannst du jetzt im Terminal bestellt. Könnte jetzt im Terminal bestellt werden. Für Herren führen wir gerade Stücke von Tigers und Weste. Sowieso sportliche Tops und weitere Hosen. Für Frauen gibt es die Kätzchen-Collection und Neckholder-Shorts und Blusen mit bauschigen Ärmeln. Für Herren und Damen gibt es Schuluniformen, Hosen und die Kollektion Konsane Streifen Sommer und Wild. Anprobe, Vorkauf möglich. Föhliches Shoppen. Und damit, ja, leiten wir doch in der Folge das Shoppen mal. Ja, verabschiede ich mich mal wieder. Wir haben denn wirklich einiges geschafft. Also, wie gesagt, wir sind mit Emil ordentlich abgegangen. Haben das Monster geplättet. Haben jetzt offenbar neue Kollektionen und neue Potions im Laden. Und ich würde sagen, gucken wir in der nächsten Folge auch gleich nochmal rein. Also, bis dahin. Ciao. Haut rein. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.